Der erste Kampf in die Rote Ecke vom Kampfsportschirm Opens Andreas Butsch. Und nun rufe ich seinen Konferenten vom Westside-Gentier. Wer singt in die Verlauecke? Brachim L. Usui. Auch dieser Kampf ist angesetzt auf 2,5 Minuten. Der Gewinner dieses Kampfes wegen dem Finale im Laufe des heutigen Abends aus. Georg Kubula von den Vorgangs Wiesbaden trifft. Viel Erfolg! Rittwein Runde 1 Rittwein Rundfisch. Rittwein Rundfisch. Das war jetzt nicht richtig. Zieh! Zieh! Jawohl! Auf Kau, auf Kau! Komm mal in den Kopf! Ach! Fertig! Fertig! Ja! Nee, keine Chance! Ja! Be, be, be! Jawohl! Kau! 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 Vielen Dank. Wir kommen zur Urteilsverbindung. Sieger durch Diskradikation in der ersten Runde. Andreas Butsch vom Kampschkutschen, Kumpelens und nun kommt der Beugaden aus Biokumula von den Warriors Wiesbach. Vielen Dank.